Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Infamous Second Son. Ich habe im letzten Part so viel mit den neuen Missionen rumgespielt, dass ich überhaupt nicht gecheckt habe, dass ich ja meine ganzen Scherben wenigstens in die Kräfte investieren sollte, die ich mir momentan noch leisten kann. Lüftungsheilung zum Beispiel. Ich meine, ich habe jetzt durch das komplette Einsammeln aller Scherben in den Gebieten wo die auf der Karte markiert wurden. Bereits so viele angesammelt, dass ich eine ganze Weile lang damit auskommen werde. Sprint besiegen. Damit hätten wir, was das angeht, schon mal alles ausgeschöpft. Noch. So, Rauch, Nahkampf. Und ganz ehrlich, wenn der Delson tatsächlich im Laufe der Story noch mehr Conduit-Kräfte absorbiert, immer mehr davon, dann macht es zugegebenermaßen auch Sinn, dass sein Skilltree so unfassbar klein ist. Er kommt mir sehr winzig vor und sehr begrenzt. Und wenn er wirklich noch mehr Fähigkeiten freischaltet, die sich dann hier in den freien Plätzen einfinden, dann ergibt es auf jeden Fall Sinn, dass das so platzsparend momentan noch aussieht. Jagd auf Fetch. Aha. Gehen Sie zum Olafs-Schild und suchen Sie nach Fetch. Fetch-Walker? Ihr Körper war von Drogen zerfressen. Antichonduit-Aktivisten, stören Sie die Aktivistenkundgebung, um böses Karma zu erhalten. Aber vielleicht wartest du lieber am Neonschild, ja? Das wäre etwas unauffälliger. Außerdem kommt sie bestimmt zum Nachladen dahin. Ja, und da oben sind wahrscheinlich weniger Leute, die ich gern vermöbeln würde. Das auch. Davon abgesehen, da sehe ich eine Drohne. Bioterroristen, wir oder Sie? 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 Oh Mann, können die bitte die Schnauze halten? Bioterroristen, wir oder Sie? Guckt mal. Ich absolviere vor euren Augen so eine nette kleine Scherbe. Ja, ist ja klar. Ist schon okay, Reg. Kannst du da mal bitte rüber? Ist das dein scheiß Ernst? Meine Güte. So, ein Versteck. Hier? Hier versteckt sich ja schon einer. Geil. Keine Ahnung. Von oben aus gucken. Aufpassen. Ne. Das Ding zeigt mir ganz eindeutig den Weg nach unten an. Jetzt wieder nach oben. Entscheide dich. Hier. Ja, und wo genau soll ich mich verstecken? Ah. Okay. Das ist gut. Überwachung auf Pennerart. Oder Metal Gear Solid. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Gott, muss das langweilig sein. Bis zum Einbruch der Nacht in der Kiste zu hocken. Oh Mann, ist das gut. Ach, warum habe ich den Dealern keine Kohle abgeknüpft? Geld, warum hast du mich? Sei mein Freund, liebes Geld. Komm zu mir. Lass uns Freunde sein. Okay. Nein! Und jetzt zieht er wahrscheinlich in ihren Kopf. Ja. Oh. Finde ich auch geil, dass die Erinnerungen oder der Verstand der Conduits, wenn er sie berührt, selbst wie Graffiti aussieht. So. Und ich soll ihr folgen. Alter, wow. Oh, jetzt kann er es wieder nicht kontrollieren, oder was? Genau wie letztes Mal, Delsin. Konzentrier dich. Lichtgeschwindigkeit, Baby. Oh nein, 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 nein. Du entkommst mir nicht. Ich hab's jetzt drauf. Alter, geil. Wenn ich Kreis gedrückt halte, dann bin ich in der Lage, so einen kurzen Neonsprint einzulegen. Wie geil ist das denn? Hui. Sieht auch so leicht aus, als würde ich laggen, um ehrlich zu sein. Sehr witzig. Du kannst Wände hochlaufen. Uh. Halten sie Kreis gedrückt, um an Wänden hochzurennen. Hui. Ui. 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 Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ja, echt mal. Verdammt. Oh. Und eine Art Gleichfähigkeit scheint sie auch zu haben. Nicht schlecht. Ja, hat schon was. Warnung, Fetsch entkommt. Ja, ich geb mir doch Mühe. Wow. Wir haben's alle verdient. Ich sag ja auch nicht, dass sie's nicht verdient hätten. Ich will nur deine Version hören. Ich brauche nur noch ein paar Tage. Wie noch ein paar Tage? Versuchst du an den Drogenboss ranzukommen? Komm schon. Komm schon. Shit, 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 komm schon. Kletter da hoch. Ah. Wo ist sie überhaupt? Lauf die Wand doch hoch, du verdammter Idiot. Ich muss beenden, was ich angefangen habe. Wäre schön, wenn die Kamera nicht die ganze Zeit so auf den Boden fokussiert wäre, wenn ich da runterspringe mit der Fähigkeit. Da ist mir mit der Rauchfähigkeit deutlich besser gefallen. Halt mich einfach in Ruhe. Wow. Wow, Alter. Yo, was war das denn jetzt? Wie geil war das denn? Neon entziehen. Wie geil ist das denn? Selbst Neon lässt sich entziehen. Wie Rauch. Krass. Alter. Mädchen. Ey, Kleine, du musst dich beruhigen, okay? Entspann dich. Du wirst dich nicht zu halten, Bregel. Ach, verdammt. Lass mich einfach in Ruhe. Entziehen sie Neonschildern Energie, um Fetch zu schwächen. Die gute Nachricht, weniger Sack für sie. Die schlechte Nachricht, ich bin nackt. Tja, hör auf, mich umbringen zu wollen. Dann können die Bierreklamen noch ein bisschen weiter leuchten. Ich gehe nicht wieder zurück. Das will doch auch keiner von dir. Habe ich das je behauptet? Verdammt. Nein, ich will nicht mehr schlafen. Jetzt nicht mehr. Lass mich gefälligst absorbieren hier. Verdammte Axt. Noch mal zu, ich gehöre nicht zu Augustine. Du bist einer von ihren scheiß Robotern. Wie oft muss ich noch? Warte, sind das echt Roboter? Warte mal, was? Was hat sie gerade gesagt? Ach Gott. Ja, auf. Mit dem Dreck. Ich will nur ein bisschen von deinen Kräften. Sonst nichts. Lass mich einfach in Ruhe. Bleiben den Neonschilder. Das Problem ist, ich sehe jetzt gar keine mehr. Sind die irgendwie auf einer anderen Ebene? Ja, die sind weiter oben. Das war ja klar. Ach Mist. Ich muss hier die Säulen hoch. So. Geht doch. So. Und das hier jetzt nur noch. Come on. Lass mich in Ruhe das Neon absorbieren. Ey. Bist du gekloppt? Sag mal. Die Wahnsinnige. Ha. Ich weiß, dass ihr da seid. Überrascht mich. Drücken Sie Erzeugung, einen Neonstrahl abzufeuern. Aufhört! Sag ich jetzt öfter. Ich gehe nicht wieder zurück. Lass mich einfach in Ruhe. Ah. 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 Wow. Zur Hölle steckst du! Nein! Oh Mann. Ich kann es kaum erwarten, diese ganzen Kräfte mit den Scherben zu verboschern. Schlau die Kleine. Ja klar, die geht mit den Kräften jetzt schon länger um als du. Aufhört! Na komm. Ah. Erwischt! Puh. Nein, nein, nein! Nein! Als ich klein war, hätte ich nie gedacht, dass ich mal zu denen gehören würde. Meine Kräfte waren eine Überraschung. Meine Eltern haben mich gemeldet. Sie wussten, was die Regierung mit mir anstellen würde. Und sie taten es trotzdem. Ich wusste nicht weiter. Aber mein Bruder Brent schnappte sich unsere Jacken und wir rannten weg. Alter, was für Pisseltern. Es waren Radezeiten auf der Straße. Wir reisten von Stadt zu Stadt, ganz auf uns gestellt. Dann trafen wir die Dealer und... Oh Mann, die gaben uns Stoff. Die Drogen... Die Drogen waren himmlisch. Aber dann wollten wir immer mehr. Der Entzug war der Horror. Wir wollten immer den nächsten Schuss. Und wenn du deinen Stoff verlierst, wenn du denkst, dass dich jemand beklaut hat... Die Drogen, die Dealer... Die lassen sich Dinge tun, die... Nee, ne? Oh Gott, Brent. Ich... Ich konnte ihn nicht zurücklassen. Die Regierung nahm mich kurz darauf fest. Aber das war kein normales Gefängnis. Ich lernte dort zu schießen und wie man tötet. Am Tag des Unfalles entkam ich also mit diesen Fähigkeiten. Mit allem, was ich für meine Rache brauchte. Brent, ich verspreche dir, jedem Dealer, den ich finde, deinen Namen auf die Brust zu brennen. Niemand sonst wird so leiden müssen wie wir. Nein, Bruder. Niemand sonst. Boah. Das ist hart. Dertz, Dertz, alles klar, Bruder? Was war los? Du warst gut, du warst gut. Komm schon, steh auf, steh auf. Sehr gut. Hey, du warst gut. Ich weiß genau, wo wir dieses Gesindel hinbringen. Dahin, wo Augustin sie nicht findet und sie niemanden mehr verlassen kann. Hey, nein, 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 nein. Sie erledigt einfach nur Drogendealer, Mann. Erledigt? Dertz, Dertz, Sie ermordet Drogendealer. Ich mache nichts anderes beim DUP. Das musst du tun, um die Akomisch zu Hause zu retten. Nein, Mann, sie bleibt in Freiheit. Nein, nein, niemals. Hey, ich weiß, du hast die gleiche Krankheit. Nicht Gabe, eine Krankheit. Das heißt aber nicht, dass wir jeden Abschau mitnehmen, dem wir begegnen. Hey, ich werde dich nie im Stich lassen, okay? Niemals. Aber die gehört in einen Käfig. Oh, hey! Danke, dass du das gesagt hast. Erlösen Sie Fetch, verleiten Sie Fetch. Alter! Was heißt verleiten, bitteschön? Heißt verleiten, äh, bringen Sie Ihr, äh, bringen Sie Ihr Selbstbeherrschung bei, indem Sie mit Ihr Zusammenarbeiten und Seattle's illegalen Drogenhandel zerschlagen. Machen Sie aus einem, machen Sie einen gewissenlosen Killer aus ihr und lassen Sie sie auf die Anti-Conduit-Aktivisten los. Alter! Ne, 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 ne. Wir machen ja weiterhin den guten Karma-Durchlauf, deshalb bleiben wir auch bei den guten Karma-Entscheidungen. Ich übernehme die Verantwortung für Sie. Ja, weil Verantwortung auch etwas ist, das dir richtig gut liegt. Ich mach das. Gut. Ich bin wegen des Stammes hier, nicht für die Jagd auf Mio-Terroristen. Ich bin ein Conduit! Er ist cool, er. Ist eigentlich cool, nur. Heute nicht. Ja. Nein, wer? Hm. Okay. Fetch befreit. Yo! Hallöchen! Sie wurden zum Streiter befördert. Sie sind dem Ziel, ein Held zu werden, einen Schritt näher gekommen. Wir haben schon Karma-Stufe 3? Geil! Jagd auf Fetch. Fünf Upgrades verfügbar. Okay, schauen wir mal. Was haben wir jetzt? Nahkampf? Neon? Können wir auch schon verbessern? Ja! Da! Der Neon- Baum. Upgrade noch gesperrt. Na gut. Muss ich wahrscheinlich die nächste Story-Mission für machen. Bäh, für Maschen. Aber ist auch gut. Äh, Asche-Explosion. Hm. Verbraucht 50% weniger Rauchenergie. Das ist auf jeden Fall nice. K.O. Volltreffer. Einige Feinde werden mit gut gezählten Rauchschüssen sofort besiegt, wodurch sie gutes Karma erhalten. Nice! Gerne. Her damit. Rauchentziehen. Rauchkapazität um 80% erhöhen. Nice! Aschegeschoss erhöht die Kapazität auf 5. Her damit. Immer her damit. Und Karma-Heilung. Das Besiegen eines sich ergebenden oder hustenden Feindes stellt einen Teil ihrer Gesundheit wieder her. Perfekt! Genau, was ich brauche. Eine Heilungsfähigkeit. Nice! So, jetzt laufe ich hier aber mit den Neon-Fähigkeiten rum. Oh, wen haben wir denn da? Ist das Conduit-Club-Treffen endlich vorbei? Ich wollte nur mit ihr reden, okay? Rausfinden, ob sie uns helfen kann. Ach, du spielst jetzt nicht die beleidigte Leberwurst, oder? Du weißt, ich hasse das. Du weißt, dass so jemand überhaupt nicht frei herumlaufen dürfte. Äh, hast du vielleicht vergessen, wer auch so jemand ist? Das zählt nicht, du bist anders. Ja, ich weiß, ich bin dein Bruder. Und dein Bruder bittet dich um deine Hilfe, weil er versuchen will, zu überleben. Wenn schon nicht mir zuliebe, tu es für den Stamm. Schön, was brauchst du? Danke. Ich muss herausfinden, was diese neue Kraft sonst macht. Und du bist mein Mann, der die Kernrelais beschaffen kann. Bitte, ist verschickt. Dem Stamm und dir zuliebe. Danke. Ich sage dir, was ich kriege. Ich will gar nicht wissen, was du kriegst. Bis dann, Mr. Leberwurst. Wow, Alter. Geil. Ja, ich weiß. Ich glaube, damit können sie uns verfolgen. Ich glaube, ich kann ihn benutzen, um mehr Kräfte für mich abzuzahlen. Ich wollte es an der Neonkraft ausprobieren, die du mir überlassen hast. Überlassen? Und? Ich dachte, vielleicht willst du ja mitkommen. Könntest mir das neue Zeug erklären. Ich habe mein Pensum an dreckigen Dealern für heute erfüllt. Also, warum nicht? Ja, das ist mein Mädchen. Leck mich. Okay, eins von diesen Dingern ist an der Ecke Zweite und Main. Ja, ich weiß, wo das ist. Wir sehen uns dort. Okay. Mann. Total bewegend. Ja. Durchaus. Also, das hohe Gebäude hochklettern wird auf jeden Fall sehr dadurch vereinfacht. Spannend. Na, die Tupia-Zentrale möchte ich mit dieser Kraft jetzt lieber ungerne angreifen. Oy, ich habe ein Laserschwert? Okay, vielleicht eher ein Neonschwert, wenn man die Fähigkeit bedenkt. Aber trotzdem, ey, wie geil ist das denn? Oh, Mann, ey. Ich bin gespannt, was ich noch so alles für Conduit-Fähigkeiten bekommen werde. Keine Ahnung, ob ich eventuell wahrscheinlich sogar die Betonkräfte der Augustine absorbieren werde, bevor ich sie in einem finalen Bosskampf erledige. Also, ich kann mir vorstellen, in irgendeiner Mission werde ich nah genug an die Augustine rankommen können, um ihr eben die Kräfte abzuziehen. Aber dann passieren noch irgendwelche komischen Dinge und, ja, dann bin ich gezwungen, sie noch einmal zu verfolgen und sonst irgendetwas. So stelle ich mir das jetzt zumindest vor. So. Hui. Hey, Fetch, das Ding ist hier. Schon gut. Ich stehe nicht so auf Conduit-Peilsender. Ja? Gleich wirst du staunen. Mach das allein, die. Na, wenn du meinst. Mehr für mich. Bam. Und wir bekommen... eine Art Fesselfähigkeit. Die haben wir gerade eben doch schon eingesetzt, um einen Drogendealer zu fesseln. Hey, äh, habt ihr ein Mädchen gesehen? Ziemlich klein, lila Haare. Ah, schießen sie auf blaue Ziele, um gutes Karma zu erhalten, oder auf rote Ziele, um böses Karma zu erhalten. Gern geschehen. Bam. Okay, krass. Ich habe Küsse gehört. Ich sagte auch, die Dinger können dich orten. Ich glaube, das war nur eine Patrouille. Ich habe noch so ein Ding gefunden. Ich habe es gekennzeichnet. Siehst du? Eine Neon-Markierung. Äh, ja, gefunden. Folge ihnen einfach. Äh, mit? Ach da. Okay. 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 Ich hole mir noch ein bisschen Energie davon. So. Folge dem Licht. Ich bin gerade über deine Arbeit gestolpert. Kannst du dich vielleicht ein bisschen... Wow. Ich muss die Furie in mir füttern. Oder vielleicht fütterst du deine Furie mal nicht. Dann verhungert sie und du wirst geselliger, wie ich. Oder vielleicht kannst du mich fragen. So, wo genau... Soll ich jetzt hin? Bitteschön. Fetsches Hinweisen folgen. Ja, das hier ist jetzt das Letzte, was sie hinterlassen hat, oder? Ah, okay. Gut, gut. Na, okay. Ba-ba-ba. Ba-ba-ba. Hm? Ach da oben. Ja, nimm das, du dreckiger Gifthändler-Abschaum. Du hast es verdient. Hey, Smokey, willst du mitmischen? Smokey. Geiler Spitzname. Wo ist das? Da. So, dann mal her damit. Okay. Neongranaten? Ja, ja. Brauchst du noch Hilfe? Brauchen nicht, aber ich nehme sie. Staseblase. Damit Fetch sie gefangen, äh, sie besiegen kann. Okay. Hehehe. Hehehe. Das war einfach! Da ist er! Hehehe. Du kommst klar. Suche noch eins von Liebdingern. Ja, ja, du hast gewonnen. Schon. Na, geht doch. Okay. Ach komm. Jetzt geh wenigstens da durch. So. Okay, ich glaube, ich hab das nächste. Folge einfach den Markierungen. Na, wie war's, die Dealer umzulegen? Mach deinen richtig heil, stimmt's? Ich hab ihm bloß eine kleine Lektion erteilt. Ich bin nicht umgebracht. Ey, wir haben Kräfte, die nicht. Deswegen müssen wir die Guten sein und mal ein Auge zudrücken. Denk mal drüber nach. Ja, ja, wie du meinst. Wo sind jetzt die Markierungen? Hier irgendwo war doch jetzt die Story-Markierung. Ah, da! Okay, so. Okay. Zack. Damit ist das Klettern auf jeden Fall deutlich angenehmer. Anstatt sich Kante für Kante hochzuhangeln. Hier einfach bam, schon ist man oben. Was? Meine Rauchkraft ist weg? Was nützen einem denn neue Kräfte, wenn man die alten dafür hergeben muss? Hm, ich glaube eher, dass er noch nicht in der Lage ist, zwischen seinen Kräften zu wechseln. Das kommt bestimmt auch noch. Also, das Schild wird mich doch hoffentlich voll auffüllen. So riesig wie das ist. So ist recht. Okay. Hui. Neon entziehen. Wenn ich mich nach der nächsten Markierung umsehe. Da ist sie. Da. Alter, wohin führt die mich denn? Ganz an den Rand der Map? Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Da ist es. Na los, hol dir deinen Kräfteschock. Gerne. Haha. Ich bin zuerst. Halten sie ja eins gedrückt, meinen Phosphorstrahl abzufeuern. Bam. Alter. Mit einem einzigen Schuss den kompletten Wagen zerstört. Wie geil ist das denn? Hohoho. Oh Mist. Alter. Ich habe ihn nicht ernsthaft pulverisiert, oder? Jo, ich habe jetzt aus Gewohnheit auf den Kopf gezielt. Alter. Okay, jetzt weiß ich auch warum auf den Kopf zielen böses Karma gibt. Ey, ich habe ihn ja desintegrieren lassen. Einfach raus aus der Existenz. Wow. So. Das Ding gönne ich mir noch hier. Die schöne Scherbe. Jetzt habe ich nicht mehr allzu viele Scherben übrig. Natürlich, weil ich alle verfügbaren Upgrades hier genommen habe. Und nun? Achso, soll ich ihr jetzt wieder hinterherlaufen? Ich dachte, das dritte Ding wäre das letzte. Scheinbar nicht. Shit, habe ich das Ding jetzt erwischt? Ne, ne? Natürlich nicht. So. Muss sein. Sehr nützlich. Hehehe. Okay. Also wohin soll ich jetzt? Dorthin. Okay, jetzt sehe ich den Weg. Gut, gut. Da lang. Jo. Fetch, wie ich sehe, fängst du die Dealer jetzt doch lebend. Nice. Kann es vielleicht sein, dass ich etwas damit zu tun habe? Ja. Ego Manen denkt immer, ihr seid der Grund für alles, was in der Welt passiert. Haha. Nein. Ich glaube nicht, dass ich der Grund für alles bin. Nur für deinen offensichtlichen Sinneswandel. Mehr nicht. Ich finde es auch tatsächlich nice, dass sich das Zeichen von zwei Krähen zu der einen Krähe, die die Scheiße aus der anderen prügelt, gewandelt hat. Das ist echt interessant. Wie sehr sich das Motiv ändert. Aber finde ich gut. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Hui. Und diese Neonfähigkeit, mit der ich mich ein bisschen schneller bewegen kann, ist auf jeden Fall auch ganz nett. So. Wohin soll ich denn jetzt bitteschön? Ähm. Ich möchte die Mission jetzt nämlich in diesem Part noch zu Ende bringen. Das letzte von den Dingern sehe ich jetzt hier. Aber wo geht es weiter? Doch nicht etwa da hinten, oder? Hallo. Wo übersehe ich denn jetzt was? Da. Da übersehe ich was. Ich gehe stark davon aus, dass am Ende wird die Spur dort hinten. Äh. Äh. Sehr interessante Sätze, die ich da bilde. Da, 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 da. Ba, 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 ban. Miss. Huhuhu. Hallöchen großes Gebäude. Und bam. Aus der Höhe müsste das alle erledigt haben. Perfekt. Na dann. Was kriege ich jetzt für eine Spielerei? Huhuhu. Eine Explosion mit zusätzlicher Feuerkraft. Strahlenschwung entfesseln. Hohohoho. Ja, genau. Alter, ja, richtig. Krass. Tö. Tö. Ja, das wird wie ein Date mit dem Bestatter. Tö. Ich rufe dich an, wenn sich was ergibt. Alles klar. Ich schätze, damit wäre die Mission ja zu Ende. Nice. Ja, ein, zwei rote Sachen. Ein, zwei rote Kammer. Sachen sind mir doch noch ausgerutscht. Es werde Licht ist damit abgeschlossen. Geil. Und wir bekommen hier die ganzen Upgrades. Nice. Laser Focus. Laser Focus. Verlangsamt kurz die Zeit beim Zoomen, nützlich, um gegnerische Schwachstellen anzuvisieren und gutes Kammer zu erhalten oder Ihnen einen Kopfschuss zu verpassen und böses Kammer zu erhalten. Erweiterte Blase. Verlängern Sie die Dauer von Staseblasen. Vor Tonensprung drücken Sie X während eines Lichtgeschwindigkeitslaufes Kreis, um hoch in die Luft zu springen. Ah. Oh ja, das finde ich nicht schlecht. Schnelles Entziehen. Ja, Neonentziehen. Das, das sollte ich auf jeden Fall upgraden. Dass die Neonkapazität erhöht wird. Doppelt so schnell das Neon rausziehen. Neonstrahl. Verbraucht 25% weniger. So. Dass wir schon mal die Grundfähigkeiten auch so ein bisschen ausgebaut haben. Ich meine, für was anderes kann ich meine Scherben ja sowieso nicht mehr benutzen. Von daher benutzen wir sie eben, um die ganzen Neonkräfte zu verbessern. Oh, jetzt haben wir die Wahl zwischen einer guten Kammer Mission und einer bösen Kammer Mission, wie es aussieht. Eine rote und eine blaue Markierung sind nun auf der Karte. Äh, wo genau? Da ist die rote. Und deutlich näher ist die blaue. Hm. Ja, wir werden uns natürlich zu blauen begeben. Allerdings werden wir das erst im nächsten Part erledigen. Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr es bei einigen meiner Videos bereits getan habt, ist es euch vielleicht sogar schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.